BARTOCK 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 auch meine Familie, egal wo. Meditation? Versuche ich regelmäßig zu machen, Atemmeditation und hilft mir sehr, meinen Stress abzubauen. Der richtige Riecher? Kann sehr viel Geld einbringen. Stolz? Da habe ich viel von. Ehrgeiz? Auch ganz viel, noch viel mehr als Stolz. Stress? Da würde ich sagen, Stress und Ehrgeiz halten sich ungefähr die Waage viel. Stil? Das entscheidet wahrscheinlich jemand anders, ob ich Stil habe oder nicht. Ansonsten ist mir, ist eine Stilfrage natürlich Teil meines täglichen Lebens. Mut? Habe ich, braucht man auch, um irgendwie voranzukommen. Und Freunde fürs Leben? Die Hannah Doku. Die Hannah kenne ich schon ganz lange und finde das ganz toll und dass sie das macht und ich finde, das ist eine der wichtigsten Initiativen in ganz Deutschland und ich würde mir wünschen, das sind mehr als drei Sätze, ich weiß aber, ich würde mir sehr wünschen, dass das noch viel bekannter ist und für alle Leute zugänglich. Vielen Dank. Sehr gerne. Fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank.